Hallo Filmfraggots und schön, dass ihr wieder mit dabei seid beim Filmradio. Könnt ihr euch noch an den Sommer 2013 erinnern? Da haben Terroristen und wie sie alle heißen, das Weiße Haus, Woche für Woche in den Kinos angegriffen. Und einer dieser Filme war Roland Emmerichs White House Down. Das Filmradio mit Dante. John Cale möchte der Personenschützer des US-Präsidenten werden. Er arbeitet schon als Polizist, doch sein Vorstellungsgespräch läuft nicht so gut. Aber da er auch seine Tochter gerade dabei hat und Karten für eine Weiße Hausführung, machen sie diese Tour noch mit. Dabei wird aber das Weiße Haus von Terroristen angegriffen und das heißt natürlich, es wird ein Held gesucht. Knapp 150 Millionen Dollar hat der Film gekostet und dafür sieht er wirklich richtig schlecht aus. Also Roland Emmerich ist ja dann doch eher schon so, der Typ, der Film taugt nicht viel. Aber es schaut passabel aus, das ist hier aber wirklich nicht der Fall. Die abstürzenden Hubschrauber sehen aus wie von der PS2. Dann ist dieser Konflikt zwischen John und seiner Tochter auch so... Warum nennst du mich John? Weil du nie für mich da warst. Hier, ich habe Karten fürs Weiße Haus. Oh, das ist so cool. Ihr wisst, was ich meine, oder? Der Präsident ist dann auch zulässig. Die Welt ist in Gefahr und er braucht erstmal seinen Nike Jordan. Klar, Django. Und auch dieser Tourführer im Weißen Haus ist unglaublich. Die Welt ist in Gefahr. John Cale ist kurz davor, erschossen zu werden. Und er haut den Terroristen mit den Worten, lass mein Weißes Haus in Ruhe eine über den Schädel. Also die Charaktere nerven alle. Vor allem die kleine Tochter war so schlimm, dass ich aus Fremdscham den Raum kurz verlassen musste. Und ich habe den Film alleine geschaut. Dann, was mir auch aufgefallen ist, es ist oft so schnell geschnitten, dass ich fast einen epileptischen Anfall bekommen hätte. Und außerdem zieht sich der Film total 131 Minuten. Mensch, was ist denn da los? Zwischenzeitlich wollte ich echt nur noch, dass das Weiße Haus sofort abgerissen wird. Dann offensichtliche Logiklöcher, dass Terroristen einfach so ins Weiße Haus gelangen, etc. Und auch irgendwie frech, finde ich. Roland Emmerich referenziert in seinem Film auf seinen Film Independence Day. Eine letzte Bitte also an den Einzelhandel, nehmt diesen Film aus dem Sortiment, den sollte sich keiner antun. White House Down dauert 131 Minuten und ist auf IMDb mit 6,4 bewertet. Von mir bekommt der Film 15 Punkte und zwar nur für das Zusammenspiel zwischen Django und Tatum. Das passt doch ganz gut, finde ich. Ein solides Duo. Fandet ihr den Film auch schrecklich? Schreibt es doch mal in die Kommentare. Naja, wir hören uns dann auf jeden Fall beim nächsten Video wieder und bis dahin sage ich...